Lieber Herr Präsident, meine Damen und Herren, seit Menschengedenken wird kulturübergreifend nicht daran gezweifelt, dass Wasser ein absolut bedeutendes Element ist. Es war der griechische Philosoph Thales von Milet, ich habe das hier schon mal gesagt, der Wasser als den Ursprung aller Dinge bezeichnet hat. Und Herr Deppel, Sie haben da ja eben zumindest an dieser Stelle noch mal am Anfang Ihrer Rede auch darauf hingewiesen und auch die Hoffnung genährt im ersten Augenblick, dass wir uns da einig werden können. Ich komme da aber gleich noch mal darauf zurück. Die Hoffnung wurde leider wieder einmal enttäuscht. Wasser ist eben so deswegen so bedeutend, weil es in unserem Leben eine Funktion hat, die unser Überleben sichern. Und neben der Temperatur ist es der entscheidende Faktor, das wissen wir heute für das Überleben der Menschheit. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dem Schutz des Wassers eine so hohe Bedeutung beimessen. Wasser ist nämlich zugleich gefährdet. Und das ist dann bedauerlich, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass wir jeden Tag anderthalb bis zwei Liter Trinkwasser zu uns nehmen sollten, um gesund zu leben. Wir brauchen also gesundes Trinkwasser. Und der Minister hat vorhin bei seinen Ausführungen darauf hingewiesen, in Nordrhein-Westfalen gewinnen wir zum Teil aus Grundwasser, aber zu einem großen anderen Teil auch aus den Oberflächengewässern, nämlich zu 60 Prozent aus Oberflächengewässern auch unser Trinkwasser. Und deswegen ist es aller Mühen wert, sich den Herausforderungen zu stellen, das will dieser vorgelegte Gesetzentwurf sich den modernen Herausforderungen beim Gewässerschutz stellen. Er will zugleich allerdings auch darauf hinweisen und ermöglichen, dass wir die Handhabbarkeit der heutigen Gesetzgebung vereinfachen. Jeder, der mal mit den Wassergesetzen, mit dem Landeswassergesetz, mit den Durchführungsverordnungen zu tun gehabt hat, weiß, was das für ein Wälzer ist. Und deswegen ist es natürlich für diejenigen, die damit tagtäglich umgehen müssen, auch gut, wenn die Lesbarkeit befördert wird. Ich will aber ausdrücklich noch mal ein paar Stichworte nennen. Wir werden ja in den nächsten Wochen und Monaten uns dann in den Fachberatungen auch damit auseinandersetzen. Auf den ersten Blick sind unsere Flüsse, unsere Gewässer rein. So ähnlich rein wie dieses Glas voll Wasser. Man kann durchschauen. Aber auf den zweiten Blick wissen wir, dass wir moderne, neue Herausforderungen zu bewältigen haben. Denken Sie an die Belastungen mit Mikroplastik. Der Film Plastic World, ich habe gerade mit Sigrid Bär noch drüber gesprochen, veranschaulicht das ganz hervorragend. Mitten irgendwo auf dem Pazifik ein Segelschiff. Es wird eine Wasserprobe genommen. Das Meer sieht blau aus von oben betrachtet, so wie wir das ja auch aus dem All immer mit unserem Planeten gerne sehen. Und dann wird dieses Planktonnetz da rausgezogen und hinten können wir dann so ein Glas voll Wasser mit ganz viel Kunststoffabfällen sehen. Unsere Kläranlagen sind nicht in der Lage, diese Plastikabfälle rauszufiltern. Die müssen modernisiert werden. Aber am besten fangen wir an, nicht erst am Ende der Aufbereitung zu schützen, zu klären, sondern wir müssen vermeiden. Wir müssen dort anfangen an den Ursachen. Und mehr erschließt sich nicht, warum in vielen Kosmetika in vielen Reinigungs- und Hygieneartikeln heute Plastikpartikel als Scheuermittel drin sein müssen. Sieben Staaten der Vereinigten Staaten von Amerika haben das übrigens sieben Bundesstaaten inzwischen verboten. Zweite große Herausforderung, die Medikamentenbelastung. Übrigens, wenn wir allein an die 600 Tonnen pro Jahr an Antibiotika denken, die in unserem Wasser landen, die wir dann auch rausfiltern müssen, dann müssen wir uns auch vergegenwärtigen, dass diese 600 Tonnen Antibiotika aus der Humanmedizin noch um das Dreifache übertroffen werden bei den Einführungen, Einträgen von Antibiose aus der industrialisierten Landwirtschaft. Annähernd 1800 Tonnen pro Jahr. Prophylaktische Tierversorgung hat eben auch seine Konsequenzen. Die Nitrateinträge, die Düngeeinträge aus der industrialisierten Landwirtschaft, auch aus den Biogasanlagen. Wir haben in diesen Tagen gerade den Skandal, Herr Deppe, wir haben das im Umweltausschuss gehabt an der Emma, wo eben tagelang Einträge über einen landwirtschaftlichen Abwässerkanal reingeflossen sind und die Emma auf anderthalb bis zwei Kilometern einfach biologisch tot ist. Das können wir nicht ignorieren. Da müssen wir anpacken. Und deswegen ist es auch richtig, dass wir uns den Themen beim Landeswassergesetz stellen, ambitioniert stellen, dass wir Gewässerrandstreifen diskutieren. Das ist eine Chance für den ländlichen Raum. Die Angler, die da auch leben, die 130.000, die warten darauf, dass wir hier auch Lösungen finden. Und die Menschen, die da Erholung suchen, warten darauf. Und die Menschen, die jeden Tag einen guten Schluck Trinkwasser aus der Leitung trinken wollen, die warten auch darauf. Stellen wir uns also diesen Herausforderungen. Und Herr Deppe, weil Sie eben von Eigentum gesprochen haben, Herr Präsident, ich komme zum Ende. Eigentum verpflichtet auch. Und wer Landwirtschaft betreibt, sollte sie auch in Zukunft so betreiben, dass wir unser Trinkwasser weiter genießen können. Herzlichen Dank und gute Beratung im Ausschuss.